Moin Leute Raskology Ja Bis auf den Namen Raskology gekommen Ähm Ich war mal in einem Trickshot Clan COD Da hieß ich Styler Jaaa Ist cringe ich weiß Aber früher hieß irgendwie jeder Styler Und dann hat irgendjemand gemeint Dein Name ist Kacke Weil Echt alle den benutzen Dann saß ich nochmal auf meiner Playstation Hab mir gedacht Welchen Namen soll ich nehmen Habe ich da ein paar Buchstaben eingegeben Hab immer mit R angefangen Mal mit A angefangen Dann bin ich einfach irgendwie auf Rasko gekommen Und dann Habe ich so einen Typen kennengelernt Der hieß VersoLogy Also Vers Und dann Logi am Ende Dann dachte ich auch Das sieht übelst cool aus Dann wollte ich es auch machen Nein hieß nicht Raskology Zack alter Oh mein Oh mein What? 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 What the? What the fuck? Oh mein Gott Niemals Diggi 10 10 Das ist so low Was ist los? He 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 Scheiße Jetzt kommt ein Wir haben ein Rematch Paar L.O.L. Scheiße, muss der Voiceprake sein Junge, Leute, clippt das Der war's halt Oh, you're so bad LOL, der Flick Das war ein Hedge Junge Alter, clippt das mal jemand Okay, jetzt bin ich, okay, ich hab alles gesehen Ich hab alles gesehen Wow, er gibt mir halt echt einen No-Scope Was ist los? Ey, mir grad so egal, dass ich jetzt sterbe Noch ein try, noch ein try Mach mal, mach einfach alles kaputt It's not even fair at all It's not even fair Oh mein, äh, peinlich, Bruder, peinlich Nein, nein, nein No, 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 no No, 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 no No, bitte Nein Wir haben eine Idee, Alter. Oh, fuck. Junge, only great tank challenge. Komm, man. Oh, shit. Einer ist ganz oben drauf. Oh, ich habe keine Reds. Oh, my God. No. Er schießt mir runter. Ich freue mich trappen. Er ist ein professioneller Diegel-Spieler, musst du wissen. Pass auf. Ich habe ihn. Get out of here. GG. Du bist alt. Sorry. LOL. Er piekt halt echt noch. LOL, what? Jo, ich habe ihn gepflegt. Jo, Junge. Okay, nehm ich, Alter. Ja. LOL. Karma, Alter. Okay, hat gar nicht mit Karma zu tun, aber... Ich tanze eher tanze gegen Sniper. Komm, Zeugen 2. Warte, warte, Julian. Aber das ist da oben kaputt. Er hat eh Luftballon oder so. Da hinten links war echt... Oh, shit. Get quick in the quickscope, dude. Junge. Oh, get out of the game. Junge. Oh, get out of the game. Hier ist jemand. Direktrickshot. Oh mein Gott! Jungs, bitte clip das! Nein! Was? Hat's off? Was? Yes, Alter! Let's go! Yes! Let's get it! Komm, peek! Ähm... Nein, nicht damit! Bitte! Hör auf! Oh mein Gott, Junge, hau rein! Let's go! Du siehst irgendwie nicht wie 17 aus. Nein, er wird... LOL! Junge, au da hier! Ha, du findest nicht! Mensch! Kannst du mir kurz das Bord lassen? Haha, nein, ich stand, Bruder! Haha, es geht wieder los, Junge! Haha, Junge, Junge, Junge! Oh, ein Party! Viel Spaß! Ich hau den weg! Junge mit Ansage, Alter! Junge mit Ansage, Alter! Ja! Ha, 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 ha! Ja! Vielen Dank.